ARD Text im Auftrag von Funk Ja, wie Wiederkehr sozusagen Wiederkehr, okay Oder wieder auftauchen Aber nicht sowas wie Alien-Wiedergeburt, oder? Weil das war der schlechteste Teil, glaube ich Ja, also wieder aufleben heißt das Wort wirklich Ah, okay Bad Reckoning Hm I just wish I could have saved them all We all do But you did the best you could So, no point beating yourself up over Weißt du, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier mal ganz kurz unterbrechen muss Aber weißt du eigentlich, was ein schönes Zitat-Ding hier noch gewesen wäre? I've got Was hat er noch? Ich kenn's mehr auf Deutsch Ich habe 47 Von 150 Ja Wer war's? Gotti Okay, danke sehr Das ist eine Generation Ja Du bist ja cool Ich weiß, wir machen das normalerweise eigentlich weniger Aber Jimmy ist gerade schön aktiv Deswegen antworte ich jetzt mal drauf Kennt ihr TNG Final Unity A, ja, kennen, ja B, wenn du ganz viel Schleichwerbung jetzt auf meinem eigenen YouTube-Kanal guckst Da gibt's ein Let's Play, was ich damals zusammen mit dem Valve gemacht hatte Ist schon ein paar Jährchen alt Müsste aber eigentlich unter der Kategorie Star Trek müsste da noch was sein Ich hab's jedenfalls nicht gelöscht Oh, das war, Unity ist auch ewig alt Aber das war richtig gut Das war auch, äh, Freunde-Klick-Adventure Und halt, ähm, mit allen Stimmen Das fand ich auch genial Ja Und auch, du konntest ja so ein bisschen die Crew für die Außensachen da beim Transporterraum zusammenstellen Und diese zwei rumfliegen Und, ähm Ich war ein bisschen am Anfang verwirrt, als da rungulanischer Warbird aufgetaucht ist Und du siehst, das ist eine andere Fraktion Das hat mich ein bisschen Ja, okay, danke sehr Wie oft hast du es gespielt? Dass du den Namen noch weißt Ich hab viele, viele Fan-Stories geschrieben, als ich Teenager war Und deswegen hab ich die da öfters mal mit eingebaut Okay So, ähm, let's go weiter hier Ich finde die Story auch richtig gut geschrieben für die Zeit Mhm Ich bin kein Freund von Fatouche, um ehrlich zu sein Ja, A, hätte ich gesagt, ja Auch A, ja, okay Ja Ich bin sorry, Captain, aber das ist nicht über dich Die Leben von allen, die ein Uniform hat, sind an der Stelle An sich ist es doch gar kein Problem An sich ist es doch gar kein Problem Selbst wenn er seinen Käpt'n-Posten hier verliert Ich meine, guck ihn dir an Mhm Ich meine, seinen Folgejob kennen wir doch alle beim Daily-Jugel, oder? Ah, ja, genau Ich bin ein bisschen wassagt, ja, ja, ja Ich bin ein paar Worte, ja, ja Ich bin einfach nur beim Zell Oh Mann Sidron bezeichnet als Cartabula. Ja, ich analysiere deine Tricorder-Skans. Diese Cartabula ist stärker als eine Energie-Source auf dem Weg. Sie haben die Möglichkeit, die Warp- und die Ion-Storm zu erzeugen. Was nicht so stark in ihren Händen? Wir müssen diesen Schiff finden. Es könnte überall sein. Literal überall. Was nicht so stark? Ich habe eine Begründung in unserer Auschwitzung. Sie werden nicht leichter werden. Und wenn sie ein bisschen zu erzeugen können, dann vielleicht können sie uns über ihre Begründung sagen. Das wäre ein sehr glückliches Schiff. Jetzt brauchen wir all die Glück, die wir bekommen. Die Trican hat auch unsere Systeme, als Petty Officer Maris hat die Daten aus unserer Computer Corps. Wir wissen, was wir haben, als wir sprechen. Es ist zu schnell, um genau zu sagen, was sie dazu hatten. Starfleet muss darüber wissen. Wir haben nicht mit Starfleet kontaktiert, bis wir die Situation vollständig verstehen. Es gibt zu viele Unklarer. Sie haben unsere Daten verloren. Das ist der Grund genug, um Starfleet zu warnen. Aber der Kapitän hat einen Punkt. Es könnte besser sein, bis wir mehr wissen. Ich würde auch sagen, wir warten mal. Lass mal gucken, worum es geht. Also auch ERX, ja? Ja. Ja. Ich würde mit dem Kapitän agree mit dem Kapitän. Es gibt keinen Punkt, in der keine Panik zu führen, nur auf Spekulation. Wir müssen noch mehr wissen, bevor wir uns halb-cocked zu gehen. Ich möchte mit den Hotari sprechen. Wir müssen mit den Hotari sprechen. Wir können mit den Hotari sprechen sprechen. Wir müssen mit den Hotari sprechen sprechen. Wir müssen uns mit den Hotari sprechen sprechen. wir haben unsere Neutrality, von der Neutrallung. Wir müssen mit den Hotari sprechen sprechen. Wir müssen noch keine Anfängerung haben. Wir haben noch eine Verantwortung für die Hotari. Und die Olybians. Aber die Tachon sind eine schade zu beiden ihre Zivilisationen. Nein. Sie sind eine schade zu uns alle. Die Technik, die Kommander Rydeck gefunden hat in der Tachonium ist ein Wettbewerbungsverfahren für ein komplexes biogenetische Transformationen. Was bedeutet, was genau das? Nicht nur die Bioformen die Innocenten Hosen, sie sie in Tachon verwenden, sie nehmen den DNA und Daten des Dachonium und das den Tachonium Es ist ein der Tachonium auf einem zellularen Ebene bringt den individuellen Tachon zurück zu Leben. Einer bei Einer. Ist es eine Weise, dass es sich verabschiedet wird? Das ist genau das, was ich versucht habe, herauszufinden. So far it appears the answer is no. Once the Tachonium takes control, the displacement of the host is irreversible. And the Bioformen appears to be permanent. Hetty Officer Maris called herself a scion of the flame. But the computer had no information about it. Sie also shot the hell out of my ship as she escaped and nearly killed a few of our crew. So we know this about those scions. They're dangerous. The Tachon have crossed a line. that much is certain. However, meeting with the Hotari could offer insight into their true intentions under the pretense of an apology for betraying their trust and trespassing on their territory. Epsilon? Yeah. Given the options, this might be our best chance to find out more about what they have planned. I couldn't agree more. With the Cartabula gone, I can confirm we have regained warp capability and the use of our transporters. Excellent. Commander Irmaat, see if we can arrange a meeting on Hotari as soon as possible. As ambassador as Spock said, suggested under the pretense of an apology. Aye, Captain. Nice work, everyone. You're long overdue for a deridian infusion. Looks like I am. Hmm. Yep. And you encouraged him. Which was disappointing when you showed you were willing to defy the Captain and put some whole polarity back at Starbase. You've spent enough time with him now. You've seen enough of how he runs the ship. If there's something wrong as the ship's doctor I need to know. Don't sugar come in. You know I wouldn't. X. X, yeah. To be honest. I'm worried about him. Seems like the stress of this mission is getting to him. He has so much riding on its success. And I am concerned he'll do something rash to ensure it. To know we see eye to eye on this. And I want to be clear. I care about Solano. I really do. I've been his doctor for years. There are more important things at stake than offending an old friend. It gets any worse. You know where to find me. I think the doctor is good. Yeah. Why do we make the red for us? Yeah, probably because we have the captain supported. But he was never there. I feel lucky you were there with me. Without you, I'd be well. Thank you for saving my life. Even with the wonders of your technology, it wouldn't have mattered if you'd left me for dead. I should be thanking you. You took that disruptor shot for me. Without you, I might be the one in sickbay. Or worse. Well, I couldn't just let you die. Not after all you did to help. I won't forget it. We saw the truth down in those mines. What Sidron and Galvin really are. Who they've become. The lengths they're willing to go to. What they did to Adalidian. It's hard to accept. That everything I thought I knew. So much was a lie. All them. Yep. What we learned down there will help us win this fight. Truth is power. And we'll use that to stop Galvin and Sidron. If you're right, then it was worth it. I hope you're right. Commander Rydik, you're needed on the bridge at once. What is it? The Hotari have agreed to meet. They haven't found us yet. You can't just wait to be rescued. We have no idea when or if the Resolute is going to catch up. If we can get access to the Zeldysystems, we might be able to figure out what the Takan are up to. You got somewhere we could do that? Should we austoben or something? Yeah. No stretch. The computer console was nothing. You mean the door console there? No, right, 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 right. Ah, yeah. Okay. Huh. The Lydian console still has mechanical keyboard as a backup. Hm. Oh, hinter uns sind auch noch Sachen. Hm. Nehmen wir es mal schnell ab. Ja. Ich weiß, wir werden verfolgt, aber... ...da für immer eine Zeit. Endlich wissen wir, was aus Duracell wird. Ha, 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 ha. Den Bundy will ich mal nicht sehen, der angetrieben wird. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Der hat dann die Größe von dem Hasen aus Landurlaub und Hos. Ja, genau. So, mehr wie ich hier nicht. Wird schreien. Wird schreien. Gut. Edselar, wir machen das. Die Sensoren. Die, die? Wenn sie den Schiff für Lebenssignal wissen, wo wir sind. Es muss sich die Geräte machen, die den Schiff machen. Genau da. Und da. Es gibt mehrere von ihnen im Raum. Entschuldigung. Wie? Sie sind zu hoch für mich. Auch für mich. Nicht zu hoch für unsere Fasern. Ja. Bei einem Sternflotten Schiff hätte das nicht funktioniert. Ja. Ja. Ich denke da immer noch in die Küche zu sehen. Ja. Ich habe einen. Einander runter. Ne, komm mal. Mal kurz am Nebenschießen. Na. Einer fehlt. Wo denn? Wo haben wir ihn rein? Na. Hallo. Hier kommt es. Ja, super. Oh. Oh. Oh, das ist das Scannen. Das ist wahrscheinlich. Das funktioniert. Es funktioniert. Sie werden uns nicht beherbergt. Das kostet uns Zeit. Jetzt, dass die Zeldin wieder hat. Ich kann mich noch mehr von diesem System von hierher. Ich will mich nicht beherbergren, dass wir unsere Position nicht geben. Die Takan vielleicht nicht wissen, dass wir noch mit diesem Schiff sind. Miranda nur uns transportiert hat. Sie wahrscheinlich denken, dass wir wieder auf Resolute zurückkommen sind. Miranda... Noch nicht auf ihn, Carter. Sie hat dich in ihrer Seite, und sie schießt nicht. Das bedeutet, dass die reale Miranda noch da drin ist. Die Takan nicht hat. Nicht komplett, zumindest. Sie muss noch etwas fühlen. A oder Y. Ja, wir sind jetzt im Bild, dass... Das bedeutet nicht, dass die Takan bioformierung der Takan zu sein muss. Ich habe genug gehört, dass du über deine Freundin sprachst. Du musst dir denken, wie ein Soldat. Sie ist jetzt unser Enem. Sie werden mit den resten der Takan behandelt. Meine Freundin Miranda ist nicht verantwortlich für was sie macht. Die Takan haben sie kontrolliert. Wir können sie natürlich nicht töten. Speak für dich selbst. Wenn jemand die Empfehlung gefährdet, sie sind die Gegend. Es ist nur ein Leben. Und sie hat bereits verloren. Sie sind nicht verantwortlich. Sie können nicht über Miranda sprechen. Sie können nicht über Miranda erklären. Sie können nicht über die Wahrheit erzählen. Wir haben nicht mehr Lust, wie du, wie du. Aber die Takan sind ein Schmerz zu uns. Sie haben auch geflüchtet. Sie haben uns auch geflüchtet. Sie denken, dass sie dort bleiben? Meine Leute haben sich verloren, als die deine. Nicht zu bemerken, meine Admiral. Und die anderen, die nicht überwunden haben. Ihre Verkaufung. Unsere Verkaufungen sind. Sie sind nur die Anfang. Wir sind auf diesem船. Gleich wie du. Ich bin von Helm-Kontrollen. Propulsions. Und sie verbrechen die Systeme schneller, als ich sie kann. Ich habe sie verbrechen. Sie sind immer die Interfasen verändern. Ich kann sie gar nicht. Ich kann sie nicht. Ich kann sie verbrechen. Wir können uns helfen. Okay. Sie benutzen ein Kode der Anwärmungsgerichter für unsere Systeme aus der Brücke. Aber Takan muss jemanden in die Hand haben. Ja. Hier ist etwas. Ich kann sehen, dass sie den Kurs haben. Ich kann sie verbrechen. Ja. Also hier kommen wir hier. Ja. Ja. Ich hoffe, dass die Resolute gut ist. Ich hoffe, dass die Resolute gut ist. Die Zelda. Und das ist woher wir sind. Das ist nicht genau die Nachrichten. Das ist nicht genau die Nachrichten. Die Lydian fleet hat viele Systeme aber es ist alles in der andere Richtung von woher wir gehen. Was? Was? Ja. 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 Erkennst du in seinem Gewehr eigentlich auch so ein bisschen das Stirnflotten-Fäße-Gewehr aus dem achten und neunen Kinofilm wieder? Ein bisschen, ja. Zumindest hinten bei den Griffen und Schulterstützen und sowas. Die Zeit für die Diplomatie ist vorbei. Das ist Krieg. Und ich habe nicht vergessen, wie es zu wagen. Das wichtigste ist, dass wir Kontrolle dieses Schiffen bekommen. So dass wir nicht so weit weg sind, dass die Resolute überhaupt nicht mit uns aufhören können. Und wenn wir Kontrollen die Zelte, das auch bedeutet, dass sie nicht die Kartabula benutzen können. Ich bin nicht sicher, dass wir viel mehr von hier machen können. Was ist das? Das ist ein Datenstrain. Es sieht aus wie eine zwei-Water-Kommunikation. Wenn du siehst, ob ich es in einem T-Multiplexing-Prozessor verwenden kann. Wenn du das deutlich hast. Ich versuche. Okay. Das ist, was du. Hallo. Kannst du mich instructionern? Etasca? Ist das du? Major? Das ist mein Liebaut. Wo bin ich? Ich bin mit einigen von anderen. Wir befinden uns in der Atp. Unsere Anbieter-Targetung-Platform. Hm. Nicht, dass es eine Falle ist. Hm, schon dann? Hm. Hm hm. Hm hm. Hm hm! Sicherheit, durch die Rückruppen. Ah. Bietet sich gerade ein bisschen an. Wir sind am folgenden Ange langzeitlich. Deswegen, danke Anthony fürs Mitentscheiden. Immer gerne. Und wir alle sehen und hören uns da draußen dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Hummel, hummel. Mach's, mach's. Untertitelung des ZDF, 2020